Moin moin Secrets Freunde, schön dass ihr dabei seid bei einer neuen Runde Let's Play hier auf eurem Secrets Kanal. Ja, der gute Boni-EU hat uns hier eine Yamagiri Runde eingeschickt und ich sage euch, das wird was ganz Besonderes werden. Warum, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Vielen Dank erstmal für deine Zusendung, ich habe mich sehr gefreut und wenn ihr eine tolle Runde habt, dann replay.secrets.de aufrufen, euer Replay hochladen, alle Endscreens hochladen, Kapitän-Skillung und Verwässerung nicht vergessen und dann nehme ich euer Video vielleicht auf, kommentiert das Ganze und lade es bei YouTube hoch und dann schauen wir uns das vielleicht gemeinsam an. Zunächst ganz schnell seine Kapitäns-Skillung und die Verbesserung, ich will ja nichts vom Replay verpassen, deswegen gucken wir uns ganz schnell an Kapitän, in der ersten Reihe Beschussalarm und präventive Maßnahmen, in der zweiten Reihe flinke Ahle und dann mit letzter Anstrengung, dritte Reihe volles Rohr und Adrenalinrausch und zuletzt Funkortung und der Tarnungsmeister. Bei der Verbesserung hat er sich V-Berwaffungs-Modifikation 1 entschieden, dann Schutzsystem für Manövrierbarkeit, Torpedowerfer-Modifikation 1, Steuergetriebe-Modifikation 1, Tarnensystem-Modifikation 1 und zum Schluss Torpedowerfer-Modifikation 3. So, jetzt gehen wir mal rein ins Replay und ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert und ich denke mal, ihr werdet es auch an der Thumbnail schon gesehen haben oder zumindest am Text. Das wird hier eine richtig krasse Runde werden und zwar haben wir hier annähernd 400.000 Schaden, also eine 400.000er Schadensrunde fast geknackt zumindest. Ja, und die wollen wir uns natürlich hier in Folge und Gänze angucken und ich bin direkt gespannt darauf, wie er das hier erreicht und geschafft hat. So, ersten Torpedos sind hier raus, auf die Kondee wird da getorbt. Man sieht schon, da geht eine richtige Salve raus. Mal gucken, ob er da den ersten Treffer gleich schon landen. Er ist hier drin im Cap, A-Cap hat er sich hier erstmal gleich geholt und es sind wir kurz davor. Ja, unser Team ist ganz gut aufgeteilt, schauen wir mal auf die Mini-Map mal ganz schnell drauf. Sieht ganz gut aus, wir haben ja ziemlich eine breite Aufstellung. Ja, Flugzeugträger-Match haben wir hier auch mit dabei, das müssen wir natürlich hier mit beachten. Da wurden wir ja gerade schon kurz angeflogen vom Flugzeugträger. Ansonsten fünf Schlachtschiffe, vier Kreuzer und zwei Zerstörer. Auf der anderen Seite ist auch eine Yamagiri unterwegs und eine Shimakase, also reine Torped-DDs hier überall im Wasser. Ja, schlecht für die Schlachtschiffe, aber zumindest keine Garn-DDs, die uns hier richtig gefährlich werden können. So, die Torpedos, die können wir hier locker ausweichen, die sind früh genug aufgegangen. A-Cap erstmal geholt, unsere Shimakase ist im C-Cap drin. So, Torpedotreffer, da sind die ersten beiden, komplett auch mit Flooding, 41.000 Schaden hat das Ganze schon mal gemacht. Und ich glaube, da hat es die Kremlin da hinten erwischt. Noch ein Torpedotreffer, da muss auf jeden Fall noch was dahinter unterwegs gewesen sein. So, tickt was am Flooding? Nein, leider nicht. Aber schon mal 100%-Quote, drei Torpedotreffer, dreimal Flooding. Besser kann es nicht sein. Nachladen tun wir wieder. 118 Sekunden braucht man knapp, bis die Torpedos wieder nachgeladen sind. Drei Sechserwerfer mal drauf. So, Stalingrad da hinten wird nochmal von uns beschossen. Wir sind nicht im Nebel drin, wir gehen natürlich kurz auf. Aber das Ganze ist kalkuliert, weil die Stalingrad verschwindet gleich hinter der Insel. Konnte trotzdem auf uns schießen, hat uns sogar ein bisschen Schaden gemacht. Und ihr seht schon, es war jetzt nichts weiter in der Reichweite gewesen. Dementsprechend sind wir hier auch gleich wieder zu. Nichtsdestotrotz prasselt hier richtig viel auf uns ein. Also ihr seht schon, der Fokusfeuer war trotzdem auf uns drauf gewesen, obwohl wir hier nur gefühlt drei, vier Sekunden offen gewesen sind. Das ist natürlich immer eine brenzlige Situation. Nichtsdestotrotz hat er sicherlich auf die Minimap geachtet und gesehen, hier ist nichts weiter, was uns jetzt aufdeckt. Dementsprechend versucht die Stalingrad vielleicht kurz in Brand zu setzen, der verschwindende Insel. Ja, dementsprechend hätte der Schaden ticken können, eventuell. Aber, ja. Jetzt erstmal Torpedos nachgeladen. Da hinten Kremlin, Ron unterwegs und hier die Iowa, die eventuell rumkommt. Aber, ihr seht schon, der Torpedokegel geht zurück. Dementsprechend pusht er hier wahrscheinlich erstmal nicht rum. Wir lassen uns erstmal keinen Werfer hier übrig. Alle drei Torpedowerfer sind auf die Flanke rausgeworfen worden. Da hinten kommt Kremlin und Kondé um die Ecke. Wir stehen hier mit Petro Paflost, Satsuma und Edgar bereit. Und da hinten kommt ein schöner breiter Schwall und da kommt auch noch die Ron um die Ecke. Mal gucken, ob wir davon was treffen. Die Kreuzer sind natürlich entsprechend schneller unterwegs als die Kremlin. Und auch die John Barth hier. Der ist auch gefährlich dran. Können auf jeden Fall hier spannend jetzt werden. Dementsprechend erstmal Nebel zünden hier. Ihr seht schon oben, wir werden angeflogen. Von der Hakuyu waren jetzt gerade kurz offen gewesen. Der wird gleich Torpedos in den Nebel reinwerfen. Und da waren es schöne Torpedotreffer gewesen auf die Ron. Den konnten wir rausnehmen. Vernichtender Schlag hier. Wir müssen leicht vorfahren. Hier möchten natürlich nicht von den Hakuyu-Torpedos getroffen werden. Das wäre natürlich sehr fatal hier bei 16.000 Strukturpunkten, die wir jetzt nur noch auf der U haben. Und jetzt müssen wir aufpassen, die Iowa. Also das wird hier auf jeden Fall spannend werden. Mal gucken, ob er sich da gleich nochmal taktisch eher zurückzieht. Den Nebel so lange ausnutzt hier, wie der steht. Haben jetzt leider kein Spotting hier. Gerade auf die John Barth, auf die Kremlin. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Spot. Ja, natürlich so eine Kremlin, die kriegen wir ja nicht mit unserem Gans runtergeschossen. Aber das weiß er natürlich auch. Nachladen. Torpedos brauchen noch knapp 30 Sekunden. Dann wird es kritisch auf jeden Fall für die Kremlin werden. Mal gucken, wie er das taktisch hier gleich ausspielt. Das wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannend. Zurückziehen können wir uns hier fast gar nicht mehr. Natürlich ist unser Konzil mit einer immer noch besser, wenn wir jetzt hier rausfahren würden. Aber aufpassen müssen wir natürlich da auf die Iowa. Die da drin steht. Konzil mit hier bei 5,6 Kilometer. Natürlich voll geskillt bei der Yamagiri. Alles andere macht auch gar keinen Sinn. So, jetzt dreht die Kremlin hier ein bisschen ab. Zum Glück unsere Standzeit. Ihr seht es. Haben wir noch knapp 40 Sekunden beim Nebel. Ja. Torpedowerfer sind raus. Zwei Stück. Ne, einer ist erstmal raus. Der zweite hat gleich nachgeladen. Auch den schicken wir jetzt raus. Breiter Fächer. Ja, und das sieht gut aus. Die Kremlin dreht da genau rein. Und das wird es gewesen sein für die Kremlin. Diese 70.000 Stuttopunkte, die die Kremlin hier noch hat, die holen wir uns auf jeden Fall in der Gänze. Dementsprechend wird es gleich unser zweiter Kill sein. Vier Torpedotreffer. Da hält er sogar noch kurz Stand. Aber der zweite Werfer und der fünfte Torpedotreffer geben den zweiten vernichtenden Schlag hier. 175.000 hier knapp an Scharen. Und da hinten laufen die Torpedos sogar noch weiter. Die Kondé, die ist natürlich zu schnell. Die werden wir hier nicht treffen. Radar läuft jetzt. Und jetzt wird es auf jeden Fall gefährlich werden. Gegen die Kondé. Der hat ja hier diesen Burstfire, wenn er den jetzt gerade zumindest zur Verfügung hat. Nur ein Treffer. Gut für uns. Lassen wir natürlich schnell raus aus dieser brenzligen Situation. Da kommt die nächste HE-Salve hier. Und die prasselt auf uns ein. Und das war ein richtig schwerer Treffer gewesen von der Kondé. Aber auch die Kondé hat jetzt richtig gut kassiert. Da kommt die nächste Salve auf uns. Und da hat auch nur einer getroffen. Ein Glück hier. Wenn das nochmal so eine Salve gewesen wäre wie die zweite, dann hätte es ganz schlecht ausgesehen. Die schafft es sogar nochmal zu schießen. Wir sind fast zu gewesen. Nur ein ganz leichter Treffer. Brenzlige Situation auf jeden Fall. Aber zum Glück überlebt. So, drei Schiffe bei uns raus. Drei Schiffe vom Gegner raus. Punktemäßig sieht es noch ziemlich ausgeglichen aus. Aber die Caps sehen nicht mehr ganz so gut aus momentan. Ja, A-Cap kann jetzt eigentlich gleich auch noch vom Gegner erobert werden. Und der Gegner hat zwei Caps schon. Die andere Seite zieht sich hier immer weiter zurück. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht die Kontrolle jetzt langsam verlieren. Seht schon in Minnesota eine Hinburg. Die gesellen sich noch zu uns zu. Ja, wir haben jetzt hier nur die Satsuma auf der Seite. Dementsprechend ist eine Unterstützung gar nicht so verkehrt. Was haben wir ansonsten noch gleich, was wir torpedieren können? Kondé da hinten möglicherweise, wenn der wieder rausfahren würde. Da hinten ist Stalingrad. Da kommen wir natürlich mit unseren Torpedos auch gerade so hin. Das ist natürlich die Frage, was er macht. Weil er ist nämlich gerade rückwärts gefahren. Denn würde er aus unserer Torpedo-Reichweite rausfahren. Oder vielleicht können wir auch die Jean-Bard überraschen. Die hier hinter dem Berg hinter der Insel steht. Wer dann mit uns rechnet, der fährt nämlich auch rückwärts. Das sehen wir da oben an dem schönen roten Punkt. Das verrät uns, dass der rückwärts fährt. Aber natürlich auch der Torpedo-Kegel. Der zeigt nämlich hinter die Jean-Bard. Also muss er definitiv rückwärts fahren. Und da hinten die Stalingrad hat sich jetzt entschieden, hier vorzufahren. Wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt auf die Minimap achten. Wieder Satsuma hier sich zu holen. Überzahlsituation. Dementsprechend könnten wir das hier ausnutzen. Torpedo-Werfer ist es bereit gewesen. Zwei konnten wir jetzt rausschicken. Der dritte ist auch gleich wieder bereit. Nebel ist auch gleich wieder bereit. Beziehungsweise ist schon bereit. Also den könnte man ansonsten wieder ziehen. Aufpassen und natürlich Stalingrad-Radar. Wenn der uns wieder aufdeckt, hier bei knapp nur noch 5000 Strukturpunkten. Dann wird es auf jeden Fall schwierig werden, das Ganze zu überleben. Ja, dementsprechend zieht er sich jetzt auch ein bisschen weiter zurück. Versucht sicherlich aus der Radar-Reichweite hier rauszukommen. Beziehungsweise zumindest eine höhere Distanz zum Gegner aufzubauen. Damit der uns hier nicht unter Beschuss nehmen kann. Beziehungsweise wenn er auf uns schießt, halt nicht genau zu treffen. Und da waren schon mal drei Torpedo-Treffer. Wieder zwei Flooddings. Fünf Torpedo-Treffer. Vier Flooddings. Und da ist die Stalingrad-Radar raus. Ja, Gegner Nummer drei, den wir hier erwischt haben. Richtig schöne Torpedo-Salbe wieder. Ja, die Stalingrad hat nicht damit gerechnet, dass wir uns hier noch aufhalten. Dass wir unsere Torpedos hier werfen. Sonst wäre da nicht so reingefahren. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig hier gewesen. Stalingrad, die war noch ziemlich full AP gewesen. Und auch die Jean-Bart erwischen wir hier mit einem Torpedo. Der ist soweit wirklich rückwärts gefahren, dass er hier noch ein Torpedo mitgenommen hat. Das war dann Kill Nummer vier gewesen. 272.000 Schaden. So schnell kann es denn manchmal gehen. 17 Torpedo-Treffer hier. Ja, und schon haben wir so eine Seite aufgeräumt. Und die Satsuma lebt immer noch. Und wir können uns auf den B-Cap konzentrieren. Sieht ihr in der C-Cap? Ja, der wurde mehr oder weniger erstmal aufgegeben. Oder unsere Leute sind ja in Kite-Positionen zurückgefahren. Kremlin und Sandra da hinten, die jetzt noch als Überlebende dabei sind. Ja, das sieht alles noch relativ ausgewogen aus. Gucken wir uns mal oben die Strukturpunkte an. Da liegen wir mit 100.000 jetzt knapp in Führung. Punktemäßig liegen wir auch in Führung. Nichtsdestotrotz ist diese Runde hier wieder gewonnen. Satsuma kriegt jetzt erstmal von uns hier ein Burstfire ab. Auch wieder, ihr seht schon, alles kalkuliert und berechnet. Wir verschwenden nämlich wieder hinter der Insel. Sind nicht spotted. Zyklon haben wir ja auch noch. Ja, ich will nicht sagen auf unserer Seite. Weil 8 Kilometer, das bringt uns hier eigentlich gar nichts. Dementsprechend fehlt uns jetzt gerade das Spotting auf die gegnerischen Schiffe. Wir können nicht weiter als 8 Kilometer gucken. Könnte er, beziehungsweise ist er ein Nachteil, wenn die Gegner jetzt davon zu pushen würden, dass wir nicht mehr schnell reagieren können. Torpedos sind aber wieder nachgeladen. Adranlinos, sei Dank, geht das natürlich noch ein bisschen schneller. Dadurch, dass wir hier einen ganzen Teil unserer Strukturpunkte schon verloren haben. RPF zeigt uns dann auch die Richtung des Gegners an. Das ist gerade ein bisschen umgesprungen. Ihr habt es gesehen. Ich gehe davon aus, dass die Satsuma einfach nur in ihre Richtung gewechselt hat. Und nicht, dass da jetzt eigentlich noch ein zweiter irgendwo ist. Sie können mir zumindest nicht vorstellen, wer das gerade unterwegs sein könnte. Hakuyo schafft jetzt unsere Satsuma rauszunehmen. Auf der gegnerischen Seite sind noch Satsuma, Yamato, Yamagiri und Hakuyo mit drin. Ja, alle Schiffe, die, wenn wir jetzt aufgehen sollten, uns natürlich finishen können. Gerade die Yamagiri mit dreiviertel HP sieht noch ganz gut aus. Aber wir sehen es an der Minimap. Der ist woanders unterwegs. Also haben wir jetzt der Hauptwahrscheinlich hier nur noch die Satsuma hier vor uns. Und natürlich die Hakuyo. Und das ist auch dieser Satsuma. Und ihr habt es gesehen. Der ist jetzt gerade an dieser 8 Kilometer Grenze natürlich erst aufgegangen. Zum Glück, dass er von uns weg wandert. Natürlich Vorteil für uns. Wenn er auf uns zugekommen wäre, hätten wir nur die Möglichkeit gehabt, Smoke zu ziehen. Und uns da drinnen zu verstecken, beziehungsweise dann den Rückzug anzuordnen. Hakuyo da hinten auch nochmal unterwegs. Also auf jeden Fall hier eine brenzlige Situation nochmal. Gucken, ob dieser Satsuma das auf dem Schirm hat. Er wurde natürlich jetzt gerade gespottet und müsste jetzt eigentlich auch wissen, okay, da könnte wahrscheinlich die Yamagiri hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, und ich würde jetzt einfach links rausdrehen und zumindest nicht mehr reindrehen. Oder zumindest die Richtung irgendwie wechseln. Weil man muss natürlich mit den Torpedos hier rechnen. Und dieser Torpedofächer ist einfach so breit. Da wird irgendwas definitiv treffen, wenn man so weiterfährt. Und ihr seht schon, das sieht auch ganz gut aus. Mal sehen, die Satsuma hat hier noch satte Punkte auf der Uhr. Wie viel da trifft. Es ist keine Frage, ob wir treffen, sondern wie viel wir hier treffen. Das nehmen wir uns gerade selber ein bisschen die Sicht, indem wir uns smoken. Ja, dahinter die Minnesota deckt uns auf jeden Fall keinen auf. Sechs Torpedotreffer, 364.000 an Schaden, was wir hier knapp gemacht haben. Und es geht eigentlich nur noch darum, eigentlich Schaden hier zu jagen oder zu farmen. Satsuma vielleicht mit der Möglichkeit jetzt anzuziehen. Aufpassen müssen wir natürlich. Ja, er schießt noch nicht. Das traut er sich jetzt noch nicht. Fährt jetzt lieber wieder rückwärts in die Smoke rein. Und dann alternativ am Feuermodus drauf. In der Hoffnung, dass wir einen Brand setzen und gleich wieder in der Smoke verschwinden. Ohne, dass uns die Satsuma jetzt aufdeckt. Beziehungsweise hat uns natürlich kurz aufgedeckt. Aber ohne die Möglichkeit, dass er die Türme so schnell dreht und auf uns schießen kann. Also ihr seht schon, es ist auf jeden Fall alles mit sehr viel Kalkül gemacht. Und gespielt hier ist nichts dem Zufall überlassen. Aber jetzt kommt die Hakuju und da können wir natürlich nicht so viel ausrichten. Unsere Flak ist hier nicht so super bei der Yamagiri. Und jetzt rückwärts nochmal reinfahren. Das lohnt sich hier definitiv nicht mehr in die Smoke. Dementsprechend nochmal alle drei Torpedowerfer schnell hier rausgeschmissen. Weil wir vielleicht jetzt so unsere letzten Sekunden hier erleben. Ein paar Flugzeuge schießen wir hier ab bei dem Anflug. Beziehungsweise, nein, das sind die Fighter gewesen, die er hier gesetzt hat. Die haben wir jetzt gerade runtergeholt. Sechs Stück. Aber die Hakuju hat keinen Bock uns anzufliegen. Nimmt lieber die sicheren Treffer bei der Minnesota mit. Und wir sind erstmal wieder auf sicheren Wege hier. So, da hinten ist dieser Zuma jetzt wieder offen. Vielleicht auch hier wieder Glück, dass sie genau in unsere Torpedos reinfährt. Ihr seht auch schon wieder, wie breit hier dieser Fächer ist. Also, wenn die 18 Torpedos gleichzeitig im Wasser sind, dann ist es einfach ja der rollende Tod, der auf einen zukommt hier. Und da wird auf jeden Fall auch was treffen. So, und da ist die Krake. Das hat er sich hier auf jeden Fall verdient. 292.500 Schaden. So, ich glaube, wir haben ja nicht so viel versprochen am Rundeneingang. Ja, diese Runde ist einfach unglaublich. Hier kommt nochmal die Hakuju. Ja, leider fehlt uns jetzt ein bisschen die Zeit hinten raus. Er hatte noch 5 Minuten Zeit. Aber ihr seht, wir haben eigentlich deutlich zu viele Punkte. Sonst hätte er die Hakuju sicherlich auch noch jagen können. Und hätte diese 400.000, diese magische Grenze auch noch überschreiten können. Das passiert hier leider nicht mehr. Trotzdem, ich finde eine sensationelle Runde. 25 Torpedotreffer hier mit der Yamagiri. Und ich hoffe, diese Runde hat in euren Augen auch einen Daumen nach oben verdient. Wenn Ihnen so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne diese super Runde hier. Ich blende für euch die Screenshots ein. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim Let's Play. Euer Toxic. Euer Seacords Team. Also, ich warte, ihr dürftet ihr euch verwirrt. Vielen Dank.